Fenstermontage Marius Janjek aus Hamburg. Hochwertige Fenster aus Polen. Meine Firma und ich verkaufen, montieren und importieren hochwertige Fenster aus Polen. Wir montieren viele bekannte Fenster, wie zum Beispiel Aluminium-Jawal oder Plastik-Gelan. Falls Sie neue Fenster brauchen, können Sie mich gern anschreiben. Wir schicken Ihnen einen Preisvorschlag innerhalb von drei Arbeitstagen zu. Wir bieten eine professionelle Beratung, Aufmaß, Lieferung und Montage aus einer Hand.